so das ist hier was ich hier an an spielen im bereich horror habe glaube ich zumindest und zwar habe ich mir jetzt also hier mit ghost chain und convenience stores hier vorne und hier in unaki tunnel gäbe es da noch dann hier long dark left for the missing children ist noch so ein japanisches game ok eri und stigmatized property und ich würde ganz klar zu stigmatized property tendieren weil das das ist von allen spielen ist das der beste name finde ich stigmatized property stigmatized property ist gleich irgendwie schafft das die richtige gruselige atmosphäre ich werde gleich versuchen den ton von anfang an richtig einzustellen damit euch nicht die ohren wegfliegen und man mich trotzdem noch verstehen kann das wäre ganz schön wenn das funktionieren würde und ja dann fangen wir am besten gleich mal an mit stigmatized property so gucken wir mal ob wir hier wir können noch kein wir können noch kein keine einstellung machen hier aber ich denke sollte eigentlich gut zu hören sein zumindest den balken nach zu urteilen hört man nicht höher als lauter als den ton und darum fangen wir einfach mal an mal gucken ob wir hier ja wir können hier wieder mit dem controller spielen sehr gut das ist wieder die gleiche tasten belegung beim controller ok brauchen wir filmkorn brauchen wir head bob es ist immer noch ziemlich dunkel jetzt es ist immer noch ziemlich dunkel jetzt und man kann pause machen endlich kann man mal pause machen hier wie ich die ganze zeit also ist filmkorn 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 gefällt mir nicht head bob gucken wir mal ob das schlimmer head bob ist wie in dem convenience store dann lassen wir es vielleicht weg aber wenn das so ist wie ja so maus zeigereck warum kommt er plötzlich nach hause meine güte es ist sogar deutsch wer kommt plötzlich nach hause das ist wieder wieder ein schulmädchen mit so tollen menschschritten ok interessant es ist sehr schwierig ist es richtig auf dieser straße ok wer weiß ich gehe einfach mal dem licht entlang hier aber das wird wieder so eine sache sein wo ich mich verlaufen werde ich sehe das kommen oh toll eine tote katze das fängt ja gut an armes ding wo komme ich hierher glaube ich komme hierher das heißt hier ist es am hellsten also gehe ich mal hier längs sie sagten sie waren zuerst im haus aber haben sie teilzeit gearbeitet ich habe keine ahnung worum es geht hier ich weiß noch das ist ein property mit einem stigma hier das stigma ist hässliche frosch blumentöpfe den mini kennen wir doch auch das ist doch der typ der in dem der in dem convenience store arbeitet ok das ist das auto einer tante oder ok vielleicht das auto einer tante wow das spiel ist auf deutsch und ich verstehe weniger als in den beiden spielen die auf englisch waren ok wo ist denn jetzt mein property was so stigmatisiert ist muss ich hier hochgehen Tür klopfen ah toll ich bin jetzt vor dem ja nein und gucken ob wir das geändert kriegen so es gibt wirklich niemanden ich kann nicht einfach draußen warten ich muss einsteigen einsteigen wenn sie in münchen in den hauptbahnhof einsteigen hat er nicht gesagt dass er irgendwo ein dass es irgendwo eine sattschlüssel gibt ich vergesse aber wo ist meistens hier unter dem blumentopf oder unter dem blumentopf oder obendroff hier unter einem zitronenbaum topf ist das ein zitronenbaum cool cool oh ist die tür zu wenn das mein neues property ist was ich gemietet habe dann möchte ich bitte auch alle türen aufmachen können das ist meine makellose küche also das muss ich ja echt zugestehen hier was ist das ich glaube ich sehe etwas in dem loch stecken was ist das ich glaube ich sehe etwas in dem loch stecken ok muss man irgendwie rausnehmen vielleicht mit Besteck geht nicht hier kann man nix machen wow dieses zimmer sieht wirklich gut für eine wohnung aus ja aber das stigma das stigma okay das kann ich lesen okay das kann ich lesen so irgendwas garden und die lemon ok hier liegen auch noch bücher rum donuts sehr gut ok ok es steht noch voller kaffee ok interessant hm kann ich hier nirgends was ah da ich habe mich für einen umzug entschieden da die miete sehr günstig ist ok 0 von 7 ich muss hier 7 sachen finden oder was ok so sehe ich also aus interessant boah also das ist kann ich das hier ok 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 also dieses dieses flackern ist schon irgendwie ja hallo hallo ah gut so kann man hier oben irgendwas aufmachen oder so ne aber man kann hier vielleicht hake benutzen haken benutzen haken benutzen Und was immer das ist, keine Ahnung, Holzspielzeug, Marimbas. Ah, ein Badezimmer, sehr schön. Ist das ein Badezimmer? Also hier ist eine Dusche, eine Badewanne. Und man kann in die Nachbarwohnung ins Badezimmer schauen. Okay. Oder das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Ich erkenne mal die Spiegel nicht, weil ich mich selber nicht drin sehe. Okay. Wo ist die Toilette? Ist das die Toilette hier? Ja, nee, das sind Kisten. Oh Mann. Dieses Geflirr macht einen wahnsinnig. Hm. Warum ist das 0? Ah, siehste, 4. April, der Umzug ist endlich vorbei und heute ist der erste Tag, an dem ich alleine lebe und der erste Tag, an dem ich ein Tagebuch schreibe. Ich freue mich sehr auf die Erfahrung, ich habe immer davon geträumt. Ich habe mich für einen Umzug entschieden, weil die Miete sehr günstig ist. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass sich ein kaputter Student wie ich so ein schönes Zimmer leisten kann. Ist das wirklich die gleiche Hauptfigur wie in dem Convenience-Store-Spiel? Das war auch eine Studentin. Die Stimme klingt auch ähnlich, weil japanisch und weiblich. Außerdem ist es sehr nah an meiner Schule. Wie großartig ist das? Ich habe heute mit meinen Eltern auswärts gegessen, um den Umzug zu feiern und sie haben beide gelacht und einfach eine tolle Zeit gehabt. Allein zu leben ist großartig und alles andere als ein Mann, ich werde diese Gesichter vermissen. Sie sagten mir, dass sie nur ein paar Tage hier sein werden. Sie sagten mir immer wieder, wie besorgt sie sind, aber sie überdenken nur. Sie müssen sich um nichts kümmern. Mir geht es gut. Also überdenken ist wahrscheinlich eine fehlerhafte Übersetzung von Overthinking, dass sich unnötig Sorgen machen bedeutet quasi. Fertig lesen? Ja. Okay. Und nun? Kann ich zu Bett gehen oder was? Oder Buch lesen? Oder hier nochmal durchgucken? Hat sich nichts geändert hier? Okay. Okay. Achso, natürlich ziehe ich meine Schuhe aus. Wow. Eine Krähe. Muss ich dir was zu essen geben oder was? Vielleicht eine Zitrone vom Zitronenbaum? Nee. Ein Donut? Kann man immer noch nichts aufmachen? Ist auch nichts zu tun irgendwie. Hier drin vielleicht doch. Das Papier ist nass. Ich muss einen Weg finden, um es zu trocknen. Vielleicht ein Trockner hier. Ist das ein Trockner? Nee, ist kein Trockner. Okay. Dann in der Küche vielleicht. Ist immer noch zu. Mikrowelle. Herd. Wo ist denn der Heizkörper? Gibt es hier einen Heizkörper? Ein Weg finden ist zu trocknen. Achso, man findet Notizen und die muss man dann lesen und dann erfährt man was über die Lokalität hier. So läuft das also. Okay. Warte mal, ich muss mal eben hier. Was ist los mit Steam? Nix. Okay. Ja, wie trockne ich das? Was liegt das? Hier unten liegt da auch noch was. Was ist das? Achso, das ist ein Stück von der Decke. Vielleicht in die Lampe tun? Nee. Nein. Warte mal, ich habe hier doch einen Föhn, oder? Ist hier irgendwo ein Föhn? Ich bin mir ziemlich sicher, da war ein Föhn. Da. Hätte ich drauf kommen können. Okay. Und nun kann ich das hier lesen. Heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, alles im Raum aufzustellen. Was früher ein Raum mit kleinem Gepäck und einem einfachen Bett war, wurde jetzt zu einem Raum mit einem Haufen Möbel und einem riesigen Queen-Size-Bett. Der Vormieter hat alles hinterlassen und der Vermieter war zu faul, um sie loszuwerden. Dad schien dieses Haus so sehr zu mögen, dass er sagte, er würde gerne ein bisschen länger bleiben. Aber so sehr ich ihre Gesellschaft schätze, möchte ich das Leben schon leben. Der Besitzer kam heute, um Hallo zu sagen. Er sah aus, als könnte er ein bisschen schlafen. Was war los mit ihm? Er schüttelte mir mit einem breiten Lächeln die Hand und sagte mir, wie dankbar er dafür war, dass endlich jemand das Zimmer gemietet hatte. Aber wie er aufhörte zu lächeln, als er meine Hand losließ, das war viel zu komisch. Wie auch immer, das neue Semester beginnt morgen. Muss mich fertig machen. Yep. Okay. Also fertig lesen bedeutet nicht fertig lesen, sondern es bedeutet, bist du fertig mit lesen? So, mal gucken, ob der Vogel immer noch da ist. Okay. Hallo, Vögelchen piep. Okay. Mit dem kann ich immer noch nichts machen. Muss ich hier ja noch irgendwo was finden. Ach, das ganze Zimmer ist eine Dusche? Nee, ne? Nee. Doch. Okay, also ich bin froh, dass ich hier nie Urlaub in Japan gemacht habe, ohne, also, ich wäre vermutlich hingefahren, ohne mich vorher sachkundig zu machen, weil, dass es so Unterschiede in den Badezellen gibt. Das habe ich schon irgendwie gewusst, aber, dass das so verbrannt ist, hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Ich finde mich da ja gar nicht zurecht. So, nehmen wir mal einen Donut und tauschen mit der Krähe. Nee, die Krähe will scheinbar keinen Donut. Was ist das hier? War ich hier schon? Da, da, da. Hm. Wo geht es denn weiter hier? Fernbedienung, Kaffee. War also ein Spiegel. Spiegel sind, glaube ich, in so esoterischen Kreisen, äh, werden die benutzt, äh, und in so spiritistischen Geiste einzusperren. Vielleicht entwickelt sich die Handlung des Spiels dahingehend. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt noch machen kann, ganz ehrlich. Ich muss bald wieder schummeln. Vielleicht ist das auch so ein, so eine amerikanische Spüle mit Häckselmaschine drunter. Nee. Okay, dann gucken wir hier nochmal rein. Wir haben ja jetzt einen neuen Text gelesen. Vielleicht ist da was anderes zu sehen jetzt. Nee. Wo war's das? Vogel, gib mir den Zettel. Gib mir bitte den Zettel, Vogel. Vogel, kannst du mir bitte den Zettel geben, Vogel? Hallo, Vogel, was ist los? Habe ich hier einen Venturi? Nee, habe ich nicht. Hier nicht, nicht in diesem Spiel. Vielleicht kann ich von hier aus eintreten. Aha, ja, vielleicht kann ich das. Kann man springen hier? Ja. Ja. Sollte Fenster klopfen? Ja. Hallo? Bist du in Ordnung? Warum steht er nur da? Okay. Oh, da ist noch ein Zettel. Kann ich aber jetzt nicht nehmen. Okay. Da ist das. Ich muss sagen, das mit diesem Licht, das ist sehr irritierend. Okay. Durch das Toilettenfenster einsteigen. Ach, da ist die Toilette. Siehste. Dann war das andere doch das Bad. Sehr gut. Dann wissen wir ja auch, was mit der Toilette los ist. Das ist wieder so eine japanische Toilette, wie man sie kennt, ja. Und die Tür ist offen. Sehr gut. Das heißt, wir können ein neues Stück Tagebuch lesen. Aber ich weiß nicht, sie machen lieber nichts kaputt. Maschima-Sensei ist meine Klassenlehrerin. Ich frage mich, was für eine Lehrerin sie ist. Ich hoffe, sie ist nicht so gemein wie die vorherige. Dieser Typ war ein Arschloch. Also das mit der Übersetzung ist ein bisschen durchwachsen hier, sage ich mal. Heute ist noch etwas Seltsames passiert. Als ich heute Morgen aus dem Zimmer kam, versammelten sich einige Damen mittleren Alters auf der anderen Straßenseite und redeten schlecht über die Wohnung. Frauen in diesem Alter klatschen gern. Es ist wahrscheinlich was auch immer. Ja, fertig lesen. So. Dann war jetzt unten war ja auch noch ein Zettel, ne. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir machen können? Ne. Nur aufs Hightech-Klo könnten wir gehen. Aufs technische Hightech-Klo. Ich versuche noch einmal von der Krähe den Zettel zu kriegen. Und wenn das nichts wird, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Okay. Die Krähe passiert immer noch nichts hier mit der Krähe. Also machen wir hier mal einen Cut. Dann bis zum nächsten Mal. Und liked das Video und drückt die Glocke und... Ich weiß nicht, schreibt einen Blogartikel drüber. Bis dann. Ciao.